Hallo, mein Name ist Dominik Bras, ich bin der Sohn vom Direktor Stefan Bras und bin sozusagen jetzt ein Stellvertreter und unter anderem auch für die Ergängtenjugendarbeit und Vernetzung zuständig. Wir freuen uns, dass bereits zum dritten Mal bei uns im Haus die Europäische Theaternacht stattfindet und es ist uns ein besonderes Anliegen, den Leuten die Theatervielfalt im 9. Bezirk näher zu bringen und daher wir sozusagen den Schlusspunkt bieten. Im 9. Brandenbezirk bieten wir dieses Jahr das Programm ohne Krimi geht die Mimini ins Bett, eine tolle 50er Jahre Revue und wir freuen uns vor allem auch, dass unsere lieben Kollegen vom Schauspielhaus und Kabinetttheater mitmachen und wir wünschen toi 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 und freuen uns auf eine erfolgreiche Europäische Theaternacht.